In seinem Job ist Erik immer von Baustelle zu Baustelle unterwegs. Über die Mercedes Pro Connect App kann er sich dem Flottenfahrzeug zuordnen, das er an diesem Tag fährt. Dadurch lassen sich Standort, Fahrdistanz und Dauer spielend einfach vom Schreibtisch aus erfassen. So kann die Flottenmanagerin Eriks exakte Fahrzeit dem Kunden später in Rechnung stellen. Den Fahrzweck kann Erik selbst über die App eintragen. Dadurch wird das Fahrtenbuch in Papierform überflüssig und Zeit gespart. Die mobile Fahrzeugbedienung ist für alle Mitarbeiter möglich. Die Fahrzeugfernsteuerung vereinfacht die Arbeit. Denn wenn der Fahrzeugschlüssel nicht greifbar ist, kann das Fahrzeug kurzerhand mit der Mercedes Pro Connect App geöffnet werden. Und besonders praktisch, um auch von Weitem sein Fahrzeug immer im Griff zu haben. Das Fahrzeug�steuerung ist für alle Mitarbeiter möglich. Vielen Dank.